Nein, hast du nichts. Das würde da stehen, dass du einen Darm transportierst. Was du nicht tust, weil du doof bist. Da oben gibt es ein bisschen Nahrung. So, Tüpferei ist fertig. Jetzt können wir langsam mal Speed geben. Ach ja, eine Schwule brauchen wir noch. Sicherlich nicht auf unsere Weizenfelder. Da unten ist auch ein bisschen doof. Dann muss es halt hier sein. So, jetzt hoffe ich, dass der Junge da bald mal wachsen wird. Oh, du hast Weizen von hier unten holen müssen. Auch gut. So, Zweifamilienhaus ist fertig. Es ist noch so viel Nahrung da unten. Naja, wir haben zum Glück einen Bäcker, der jetzt dann demnächst mal ordentlich Nahrung produziert, hoffe ich mal. Ich hoffe, du wirst bald mal erwachsen. Du musst Träger werden und den Läger leer räumen. Dankeschön. Wohnen tust du hier. Dankeschön. 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 Ja So bauen wir zwei neue jungs dafür müssten die erstmal nahrung bei schaffen die werten damen so So, wenigstens fängt er auch endlich mal an mit Kadavern aufzuräumen. So, fahr heute mal das Holz, was du da drin hast. So, Holzwerkzeug. Oh, ach ja, äh, Drei-Familien-Aus. So, what do I do? so haben wir jetzt noch ein obdachlosen und das ist unser soldat und sehr schön wir kriegen nach und rein so farme und müller sind in der mache so du wirst erstmal hin da jetzt jetzt fahr mal und hol das ganze zeug von da unten dass wir es hier oben haben du kannst auch wenn wir den holzwerkzeugen holzweizen leder nahrung alles noch da oben nahrung und stein und wir haben den bäcker so so Ja, steile Die dürftest du noch hier finden Wäre eigentlich fast schon schön, wenn du den Weizen bringen würdest Naja, zwei Weizen Und sehr viel Mischmasch So, Schusterei wird auch gleich schon mal geplant Das heißt, du kannst eigentlich schon mal Ein bisschen Geschirr herstellen So zehn Stück Oder halt bis du Meister bist War gut, dass wir jetzt Weizen hier haben Der Müller braucht aber auch eine Frau Fällt mir gerade so ein Ja So Und wir bekommen Geschirr Sehr gut So, unser Farmer ist auch da Das ist ein Kundschafter Ja, wir müssen weiter die Welt aufdecken So, Farmer Na, bin ich froh, dass wir die Hürde genommen haben Du brauchst Weizen Äh, naja, du machst erst mal Kind Ach ja, und Bauarbeiter bräuchten wir dann noch Oh, hoh 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 Oh, hoh